Hallo bei Nerdfine Medizin. Hallo. Diesmal mit diskreten Problemen mit dem Licht, aber das schadet es nicht. Heute soll es ein bisschen um Beatmungsprobleme gehen, aber nicht um die Beatmungsprobleme vom Intensivpatienten, der vielleicht langsam ins ARDS abrutscht und dann Bauchlagerung braucht oder so, sondern eigentlich, du bist ja so ein akuter Typ, der von einer auf die andere Minute schlecht wird, oder? Korrigiere mich. Genau. Also ich fand immer, wenn jetzt das Beatmungsgerät plötzlich pfeift, rote Alarm, oder der Patient plötzlich blau wird, der intubiert, beatmet ist, also der intubiert, beatmet ist, oder der plötzlich die Sättigung abstürzt, da ist das schon eine stressige Situation. Da muss man wirklich schnell reagieren und anders als beim Monitor, wo man die VT sieht und sich denkt, naja, okay, jetzt müssen wir halt wieder drücken oder schocken oder so irgendwas machen, ist das Problem nicht immer gleich erkennbar, warum der jetzt gerade mit der Sättigung abstürzt. Und deshalb freue ich mich als Akutmensch, wenn es da gute Akronyme gibt, die mir helfen können. Und ja, die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ich muss mich leider enttäuschen. Ja, aber Akronyme, Akronyme, was sind da Akronyme? Was verwendest du denn für ein Akronym? Und vorher, nur ganz, ganz kurz kannst du vielleicht sagen, wo das Ganze herkommt, nämlich ursprünglich, wirklich ursprünglich. Also ganz ursprünglich kommt ein Teil vom Akronym. Ich sage euch gleich die zwei. Das eine heißt DOPE und das andere heißt DOTS, zumindest auf Englisch. Wir erzählen euch gleich, was die deutsche Version davon ist oder unser Vorschlag. Das DOPE-Akronym kommt tatsächlich, wenn man der Webseite live in the fast lane glauben möchte, aus der Abwasserbranche eigentlich oder von den Klempnern, die überlegt haben, wenn ein Rohr plötzlich nicht mehr durchfließt, durchflossen ist, welche Probleme gibt es? Und die haben das Akronym... Das wollte ich hören, weil ich das einfach sehr, sehr cool finde. Aber jetzt mal zu den Akronymen. Auf Deutsch übersetzt nutzen wir die Akronyme DOPE, weil es einfach cool klingt und HUNT. Das sind die zwei Akronyme, die euch in den Kopf schießen sollten, wenn ihr merkt, der Patient hat ein Beatmungsproblem. Da gibt es nämlich zwei Aspekte. Das eine, warum hat er überhaupt das Problem? Also warum wird er jetzt schlecht? Warum wird er nicht beatmet? Was ist die Ursache des Problems? Das ist das DOPE. Aber man muss ja nicht nur die Ursache wissen, sondern gleichzeitig auch was dagegen tun. Und das ist das Akronym HUNT. Fangen wir an mit DOPE. Dope ist immer gut. Mach doch mal, was DOPE ist. Dope. Okay, also... Dope, vier Buchstaben, vier Sachen. D für Dislokation. Dislokation, entweder der Tubus rutscht raus, der Tubus ist diskonnektiert, irgendwo der Beatmungsschlag ist abgerutscht, irgendwas ist diskonnektiert. Ja, D. O. Obstruction oder Obstruktion. Irgendwo steckt was drinnen. Das heißt, im Tubus steckt irgendwo ein Sekretplug drinnen oder Blut. Oder vielleicht ist der Beatmungsschlauch verstopft. Vielleicht hat der Patient irgendwo noch erbrochen und das hängt irgendwo im Filter irgendein... Der Erbschleicher hat einen Korken in den Tubus gesteckt. Genau, das... Alles, alles, alles Möglichkeiten. P. Gibt es zwei Varianten, wie das unterrichtet wird. Wir nennen es Patient. Denn auch der Patient kann schuld sein, dass plötzlich die Oxygenierung schlecht ist. Das ist ja immer. Böse, böse Patient. Nämlich, indem man zum Beispiel einen Kreislaufstillstand hat. Dann ist plötzlich die Sättigung weg, weil auch der Kreislauf weg ist. Oder wenn akut ein Pneumothorax da ist. Das ist die andere Übersetzung von diesem P. Also P für Patient. Hat der ein Pneu? Hat der einen Kreislaufstillstand? Hat der vielleicht eine akute Lungenembolie? Irgendwas, was die Hämodynamik oder die Ventilation... Totenstarren. Totenstarren. Macht es auch selten akut, aber da hast du natürlich recht. Häufig schwierig zu beantworten. Und als letztes, das E ist Equipment. Das heißt, es spinnt plötzlich das Beatmungsgerät. Ist der Akku leer? Ist der Sauerstoffanschluss kaputt? Oder ist dieser Anschluss nicht ganz fest drinnen? Steht irgendjemand auf dem Beatmungsschlauch drauf? Ist der abgeknickt, weil er sich dreimal unter dem Patienten herumwickelt, weil man viermal umgeladen hat? Das sind alles Möglichkeiten des Equipments. Es gibt ja auch manche Beatmungsgeräte, die ohne Sauerstoff von außen gar nicht mehr beatmen können. Und zwar sogar die meisten. Also die meisten Beatmungsgeräte, die wir im Rettungsdienst benutzen, klassisch zum Beispiel die Oxilog-Serie, funktionieren nicht ohne externen Sauerstoff. Und zwar nicht, weil sie unbedingt den Sauerstoff, also eine höhere Sauerstoffkonzentration brauchen, sondern die brauchen den Druck aus der Flasche, damit die Ventile sich öffnen. Dann gibt es auch einige Turbinengeräte, die das nicht brauchen. Zum Beispiel der Hamilton. Ja, aber jetzt haben wir so dope die Ursachen erkannt. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen schlauer, aber der Patient ist immer noch blitzeblau. Genau. Also müssen wir jetzt schnell was tun. Und in der Realität empfiehlt sich das beides parallel zu machen. Also sowohl an die Ursachen zu denken, die schnell abzugrasen und gleichzeitig zu handeln. Wenn der Patient ein akutes Beatmungsproblem hat, dann nehmen wir schon mal ganz viele Sachen raus, indem wir das Akronym HAND durchführen. Und HAND steht für an die Hand nehmen. Also wir nehmen den Patienten an den Beutel, an den Beatmungsbeutel, 100% Sauerstoff, Anschluss und wir nehmen schon mal dieses ganze Equipment-Ding einfach vom Tisch. Um das kann man sich dann später kümmern, was da das Problem ist. Wir nehmen ihn an die Hand. Und wenn wir ihn an die Hand nehmen, machen wir drei Sachen. Wir sehen, wir hören und wir fühlen. Das heißt, wir sehen, wie hebt sich der Brustkorb? Hebt sich der überhaupt? Auch wenn wir jetzt beatmen? Oder hebt sich der irgendwie einseitig? Ist da irgendwas komisch? Wir hören. Ist der beidseits belüftet? Gibt es einen Verdacht, dass der doch einen Pneu hat? Hören wir irgendwelche Nebengeräusche, massive Spastik oder Brodeln oder irgendetwas anderes? Und wir hören, hören wir dieses Blubbern, das man hört, wenn der Tubus, der Kaff nicht ganz, entweder nicht ganz geblockt ist oder leckt. Also wenn der an dem Tubus vorbei die Luft pfeift. Und wir fühlen, das heißt, wir fühlen, wie der Patient sich beatmen lässt. Gerade die Kollegen aus der Anästhesie wissen ja, dass dieses Bebeuteln, das hat ja auch oft was Meditatives und was Diagnostisches. Also man hat schon ein Gefühl, wie schwer ist der Patient zu atmen, wie viel Kraft braucht man, um da überhaupt was reinzukriegen. Dauert es lang, bis sich der Beutel wieder füllt und so weiter. Also das ist das Erste und das Wichtigste von dem, was wir machen, ist den Patienten an die Hand nehmen. Wir nehmen ihn an die Hand. Ähm, okay. Zweiter Buchstabe, das A. Absaugen. Auch nicht so schwierig, aber häufig ist wirklich irgendwo eine Schleimobstruktion im Tubus, die das Problem macht. Der Tubus hat ja doch nur einen geringen Durchmesser und man kann schon was machen. Gleichzeitig, wenn man den Absaugkatheter einmal in den Tubus reinschiebt, dann weiß man zumindest, dass der Tubus durchgängig ist. Wenn da ein fester Plack ist, irgendwas Sekretartiges, ekelhaftes, dann merkt man, man kommt ja gar nicht voran. Also einmal absaugen. Gerade bei längeren Beatmetten ist es ja häufig so, dass die zuborken. Ja, genau. Also auch die Trachealkanüle zum Beispiel. Genau. Und da kann man schon mal den Beweis machen, dass überhaupt das durchgängig ist oder eben auch nicht. Oder man kriegt plötzlich, man saugt da an und plötzlich kommt da frisches Blut raus. Dann kann man sich auch vorstellen, dass da jetzt gerade akutes Problem ist. Ja. Okay. Das war also an die Hand nehmen und absaugen. N. Neue Einstellungen. Vielleicht war es doch vor allem die Einstellung. Und das ist ja das, wo die Leute am meisten hinspringen, wenn das Beatmungsgerät pfeift. Schaut mal aufs Beatmungsgerät und versucht schnell irgendwas umzustellen. Vielleicht ist da wirklich, vielleicht ist jemand irgendwo am Knopf angekommen, hat irgendwas Falsches eingestellt. Die Einstellungen, die man gedacht gemacht hat, zu machen, du verstehst, was ich meine, sind andere, weil man irgendwie nicht auf Bestätigen gedrückt hat. Es gibt eine Myriade an Fehlern. Da checkt man mal das Beatmungsgerät. Aber erst danach, erst die anderen Sachen, die den Patienten mal stabilisieren, erst dann schauen wir uns das Beatmungsgerät an. Und das Letztes, D. Wofür wird das stehen? Was glaubst du? Diagnostik. Nein, Diagnostik. Genau, Diagnostik. Erst dann fangen wir an, uns mal zu überlegen, wie könnte man noch mehr rausfinden über den Patienten. Was ganz schnell geht, vor allem Bad Side, jetzt rede ich eher über die Notaufnahme oder über den Intensivpatienten, der sich akut verschlechtert, ist die Thoraxonographie. Also schnell mal auf den Thorax draufschallen, sieht man massive Flüssigkeit, sieht man einen Pneumothorax, sieht man massive B-Linien für eine akute Stauung. Das kann schon wirklich helfen. Da, gerade wenn man den Patienten schon kennt und schon bis in die Geschichte weiß, kann das schon mal die Situation schnell aufklären. Eine arterielle BGA ist auch etwas, was man sehr, sehr schnell innerhalb von Minuten bekommt, was auch eine Auskunft geben kann, was das akute Problem ist. Ist es eine reine Hypoxie? Ist das CO2 noch dabei? Gibt es noch etwas anderes? Ist das Lactat plötzlich 20? Sind die Elektroide entgleist und so weiter? Also eine A-BGA macht auch Sinn. Und alles Weitere, naja, braucht meistens Zeit, oder? Also ein Röntgen, Thorax, wie schnell den kriegt man wirklich am Bett? Genau. Das dauert eine Weile, würde ich sagen. Ja, oder ein CT oder irgendetwas anderes, wenn man jetzt genauere Diagnostik machen will. Und wenn der Patient wirklich schlecht ist, hat der meistens nicht die Zeit. Da macht es Sinn, die anderen Sachen voll zu machen. Man kann, wenn man die Sorge hat, dass der Patient hämodynamisch einbricht oder eingebrochen ist, das sieht man ja häufig dann irgendwie doch am Druck oder an anderen Parametern, eine Schocksonographie machen. Also schnell aufs Herz und die anderen Organe zu schauen, zum Beispiel das Rush-Protokoll. Und was natürlich sinnvoll ist, gerade wenn man vermutet, dass da irgendwo was verlegt ist, ist eine Notfallbronchioskopie. Wenn verfügbar und wenn man es kann. Aber sollte man jetzt auf einer Intensivstation schon innerhalb von ein paar Minuten machen können, denke ich, oder? Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich überlege gerade noch mal, was war DOPE. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. DOPE. DOPE. Es gibt noch dieses DOPE im Amerikanischen, da sagen sie für das S noch dieses sogenannte Stacked Breathing, also das Air Trapping, das wir bei den obstruktiven Patienten kennen. An das würden wir auch denken, aber eher so im Bereich Equipment. Im Endeffekt, wenn man dann noch mal liest, wie sind die Beatmungskurven. Aber formal gibt es DOPE und DOPE. Da gibt es ja noch dieses Pressen, damit man es vielleicht erwähnt hat, oder? Genau, dass die Patienten sich runterpressen. Also Patienten, die tiefsediert sind oder eigentlich tiefsediert sein sollten und dann aufgrund eines externen Reizes, meistens aufgrund eines Reizes, aktiv gegen das Beatmungsgerät pressen. Auch das sind Möglichkeiten. Auch das würde man zum Beispiel, wenn man die Patienten an die Hand nimmt, sehr schnell erkennen. Okay, also DOPE. Was war DOPE? D steht für? Diskonnektion. O steht für? Oder Dislokation. Dislokation. O steht für Obstruktion. Genau. P steht für? Patient oder Pneumothorax. Und jetzt erfischt wieder, E steht für Equipment. Sehr gut. Oh yeah. Jetzt bin ich wieder dran. Also, jetzt fangen wir an mit Hand. H steht für? An die Hand nehmen und wir tun dabei? Wir sehen, hören und fühlen. Das fühlen ist besonders wichtig. Wir müssen es auch fühlen. Wir müssen dem Patienten auch mal die Hand tragen. Ja, genau. N steht für? Na, Moment. A steht für Absaugen. Genau. N steht für Neue Einstellungen. Der Patient muss seine Einstellungen ändern. Genau. Wir müssen fühlen und seine Einstellungen ändern. Und D steht für? Diagnostik. Und zwar ganz besonders in der Notaufnahme? Sonografie und BGA. Martin, ich finde das tatsächlich ziemlich coole Akronyme. Und, also, tatsächlich kannte ich das auch noch nicht. Du hast es ja auch gerade erst ausgedacht. Aber ich werde mir erst mal wieder auf die Festplatte brennen, weil es häufig so ist, gerade mitten in der Nacht, man steht da und dann ist man irgendwie ratlos. Und ich glaube, vor allem das Handschema, das ist mir echt noch nicht geläufig gewesen. Also, finde ich cool. Vielleicht gefällt es dir noch ein paar anderen Leuten. Dann könntest du das nämlich weiter sagen. Bevor wir da jetzt in Selbstlob ausbrechen, muss man sagen, das Handschema basierte auf dem Schema DOTS. Das ist quasi die englische Variante davon. Und die hat wiederum erfunden Hany Malimet. Zumindest hat der es als erster in einer MRAP-Folge, glaube ich, 2015 oder so, mal erwähnt. Ich habe das mal auf einer Konferenz gehört, wo er das nochmal präsentiert hat. Das DOPE-Schema, das es schon ganz, ganz lang gibt, eben aus den Zeiten der Abwasserreinigung. Und das DOTS-Schema hatte er erfunden. Und Hand ist einfach die Übersetzung quasi und Anpassung an unsere Begebenheiten. Also heute nicht nur etwas über Beatmungsprobleme gelernt, sondern auch über verstopftes Klo. Gefühle. Gefühle und dem Patienten auch mal die Hand geben. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch euren Kollegen weiter. Teilt das Video, schickt es einfach bei WhatsApp weiter. Sagt Kollegen, die sollen uns bei WhatsApp folgen oder sich mal bei Facebook oder in unsere Webseite reinwählen. Und ihr könnt auch den YouTube, ganz banal den YouTube-Kanal abonnieren. Ist auch möglich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Martin, dir vielen Dank für DOPE und die Hand. Ciao. Ciao.